Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres forensisch-psychiatrischen Podcasts Was ist richtig? Wir sind heute zu dritt Friederike Höfer, ich Steffen Lau und wir haben heute einen Gast. Herzlich willkommen Herr X. Wir haben uns geeinigt, Sie Herr X zu nennen, richtig? Genau. Okay, kurzer Schlenker nochmal, Vorstellungsrunde. Friederike, magst du was zu dir sagen? Ich bin leitende Ärztin in einem Ambulatorium für Erwachsene, forensische Straftäterinnen und habe zusätzlich noch ein Angebot für Maßnahmen für Menschen mit Suchterkrankungen und Delinquenz in der Vorgeschichte. Mein Name ist Steffen Lau, ich bin der Leiter einer Einrichtung, in der psychisch kranke Straftäterinnen behandelt werden, stationär, also untergebracht sind für eine Spitalbehandlung. Ganz kurz was zu unserem Gast. Wer sind Sie, Herr X? Ich bin Mr. X, bin Mitte 30 und war für drei Monate in Untersuchungshaft. Herr Lau war mein damaliger Gutachter und Frau Höfer ist mittlerweile meine Psychiaterin. Genau. Und jetzt haben Sie schon ein bisschen erzählt, warum wir Sie eingeladen haben. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Finde ich bemerkenswert, dass Sie sich das trauen. Sie geben ja ein bisschen was preis. Wir wollen so ein bisschen chronologisch vorgehen. Sie haben das schon gesagt. Sie sind ins Gefängnis gekommen. Dann haben wir uns kennengelernt und später haben Sie Frau Höfer kennengelernt. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Unsere Folge heute heißt nämlich, wie erleben eigentlich Patientinnen eine forensische Behandlung? Wunderbar. Am Anfang von allem steht immer eine Straftat. Sie haben ja eine Straftat begangen, nicht? Können Sie dazu ein bisschen was sagen, was Sie so in der Rückschau erzählen möchten über das, was damals geschehen ist? Zu damaliger Zeit war ich in einer sehr schlechten Stimmung, Phase. Und viele Dinge sind passiert, die negativ waren. Und das eine führte dann zum anderen. Und schlussendlich auch zu der Straftat sexueller Nötigkeit. Können Sie ein bisschen näher beschreiben, wie es dazu kam? Wann war das? Welche Jahreszeit? Welche Tageszeit? Ja, das war eben Mitte 2017. Mitte des Jahres 2017. Vielleicht helfe ich mal ein bisschen aus der Aktenkenntnis und auch aus der langen Behandlung, die wir inzwischen hinter uns gebracht haben. Man könnte sagen, Sie waren in einer Verfassung, wo Sie viele Substanzen konsumiert hatten. Das sowohl in den Jahren zuvor als auch an dem Tag selber. Legale und illegale Substanzen, so darf man das vielleicht sagen. Vielleicht kann man auch sagen, Sie waren den ganzen Tag unterwegs gewesen. Es war Wochenende und es kam zu ein paar Begegnungen, die Sie ein bisschen enttäuscht haben, weil Freunde Sie dann stehen lassen haben, Sie noch weiterziehen wollten. Und so sind Sie in so eine Verfassung geraten, in der Sie irgendwann ziemlich intoxikiert, ziemlich alleine dastanden. Genau. Intoxikiert heißt was? Erinnern Sie, was Sie intus hatten? Alkohol und Kokain. Erinnern. Es ist schwierig. Ja, das ist interessant. Ist die Erinnerung verschwommen an die Geschehnisse, dieses Vorfall? Es ist sehr verschwommen, weil ich damals in einer Situation war und allgemein in einem Zustand, wo ich mich nicht mehr selbst war, so einen Tunnelblick hatte und deshalb Sachen passiert sind. Ich weiß gar nicht, ob Sie das gesehen haben. Wenn man verhaftet wird, wird man ja einer Untersuchung zugeführt und dann kommt ein Rechtsmediziner, nimmt einem manchmal Blut ab und guckt, ob man Spuren sichern kann an dem vermutlichen Täter. Und man hat ihnen Blut abgenommen und man hat in diesem Blut noch etwas anderes gefunden. Wussten Sie das eigentlich? Nein. Man hat eine Substanz gefunden, die wir in der Psychiatrie einsetzen für Menschen, die ein Hyperaktivitätssyndrom haben. Ritalin ist der Handelsname. War Ihnen gar nicht klar? Ja, Ritalin kenne ich schon, aber klar war es mir nicht. Hat der rechtsmedizinische Befund damals ergeben? Das heißt, Sie müssen das zu sich genommen haben und ich verstehe jetzt, dass Sie das gar nicht mehr erinnern, dass das so war. Ist das richtig? Ja, aber Ritalin habe ich jetzt nie bewusst zu mir genommen. Genau. Das Einzige, was ich bewusst zu mir genommen habe, ist immer Alkohol und Kokain. Das spricht dafür, dass Sie tatsächlich wirklich besonders in einer besonderen Verfassung waren, wo Sie vielleicht Dinge, die gewesen sind an dem Abend, gar nicht mehr richtig erinnern, obwohl sie passiert sind. Ja. Ja, sprich dafür. Jetzt haben Sie vor allem erzählt, wann das war und noch gar nicht genau, was Sie erinnern von dem, was Ihnen dann später vorgeworfen wurde und wofür Sie dann auch abgeurteilt wurden, verurteilt wurden. Können Sie dazu was sagen? Ja, wie gesagt, in dieser Nacht ist alles ein bisschen verschwommen gewesen. Der ganze Tag war schon nicht so ideal verlaufen. Durch Dinge, die vorher passiert sind, familiäre Sachen, wollte ich mich einfach ablenken, habe mich zugeschüttet mit Alkohol und Kokain, wollte dann irgendetwas machen und wollte mich von den Sachen ablenken und dann bin ich raus an eine Party und wollte dann noch weiter mit einer Kollegin und auf dem Hauseweg so die ganze Welt über mich ein bisschen zusammengestürzt. Und dann kam es zu einer sexuellen Nötigung, respektive das wurde mir vorgeworfen und dann kam ich für drei Monate in Untersuchungshaft. Wenn ich da einhaken darf, hat das ja auch einen großen Teil der forensisch-psychiatrischen Behandlung später eingenommen, dass wir zusammen versucht haben, ihre Erinnerungen zu rekonstruieren an diesen Abend, weil sie bestimmte Aspekte dessen, was ihnen vorgeworfen wird, nicht mehr erinnern und sie das eigentlich selber sehr belastet. Weniger, dass sie versuchen aktiv zu verschleiern, was da passiert ist, denn dazu gibt es ja auch Zeugenaussagen und das erkennen sie an, aber sie können sich selber nicht mehr daran erinnern. Wir haben uns trotzdem geeinigt, nicht genauer auf das Anlassdelikt einzugehen, um ihre Anonymität hier auch zu schützen. Gut, sexuelle Nötigung ist ihnen vorgeworfen worden und sie sind relativ rasch als vermutlich Täter identifiziert worden und sind dann in Untersuchungshaft gekommen. Ja. War das das erste Mal, dass sie ins Gefängnis gekommen sind? Für so lange Zeit ja. Vorher war es mal ein Tag und dann war das Thema einfach vorbei. Und deshalb war es für mich etwas Neues für so lange Zeit in Untersuchungshaft, weg von der Freiheit zu sein. Es war auch schockierend, etwas Neues. Man stand vor neuen Problemen. Es war auf der anderen Seite aber auch eine Erleichterung. Also in der Therapie haben Sie ja später geschildert, dass die Haft für Sie wie eine Zäsur war. Ja. Können Sie uns so ein bisschen beschreiben? Ich glaube, viele HörerInnen können sich gar nicht vorstellen, wie es ist, in Untersuchungshaft zu sein. Ja, in Untersuchungshaft ist man eigentlich 23 Stunden eingesperrt. Sofern man nichts macht oder keine Arbeit nachgeht dort, kommt immer ein bisschen auf das Delikt an und hat eine Stunde Freigang. Waren Sie alleine in der Zelle? Zur Anfangszeit war ich zu zweit. Und als ich dann einer Arbeit nachgegangen bin, bekam ich eine Einzelzelle. Wie ist das denn, wenn man 23 Stunden mit sich alleine ist? Auf der einen Seite ist es beängsigend, auf der anderen Seite ist es für mich eine Befreiung. Man fängt an, über sein Leben nachzudenken. In welche Richtung geht man? Ist dieser aktuelle Weg, wo man geht, der richtige? Man fragt sich, wenn ich diesen Weg weitergehe, was passiert dann? Ist es, wird man glücklich? Oder bei mir war es jetzt so, ich habe mich die Fragen gestellt und die Antworten waren nicht schön. Und deshalb habe ich innerlich irgendwie versucht, mein komplettes Leben zu ändern. Und habe mir dann zwangsläufig auch die Frage gestellt, wenn ich mein Leben ändern, wie ist es dann in drei Jahren, wie in fünf Jahren, wo will ich stehen? Und ich denke, das ist die wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Verstehe ich das richtig? Man liegt da auf dem Bett und denkt die ganze Zeit nach. 23 Stunden am Tag. Abgezogen, sieben Stunden schlafen vielleicht. Nicht komplett so, wie Sie es jetzt gerade schildern. Bei mir war es zu Anfangszeiten ein bisschen anders. Durch sehr viele Probleme, Schwierigkeiten, die ich in Freiheit hatte, war ich irgendwo durch auch erlöst. Am Anfang war ich total geschockt, in Haft zu sein. Nach einigen Tagen war es dann eine Erlösung, weil man viele Probleme, die man in Freiheit hatte, nicht mehr hatte. Sondern man hatte plötzlich dreimal ein warmes Essen am Tag. Man hatte einen geregelten Ablauf. Vielleicht verrate ich nicht zu viel, wenn ich kurz schildere, dass Sie ja aus einer Lebensphase kamen, wo Sie in einer ziemlich schrägen WG gelebt haben mit anderen konsumierenden Menschen. Dass Sie eigentlich chronisch pleite waren und sich viel Geld leihen mussten, um Kokain zu kaufen, dass Sie gleichzeitig aber immer weiter arbeiten gegangen sind, egal wie groß Ihr Absturz in der Nacht zuvor gewesen war und auf das Geld gar nicht gereicht hat dafür, dass Sie ordentlich gegessen haben. Wenn ich so sagen darf, Sie sind jetzt überhaupt nicht übergewichtig, aber Sie wiegen sicher fünf, sechs Kilo mehr, als ich Sie kennengelernt habe. Haben auch wieder eine gesunde Gesichtsfarbe. Und Sie haben sehr viel Energie da reingesteckt, die Fassade aufrecht zu erhalten gegenüber Ihrer Familie und anderen, um über den erheblichen Konsum, den Sie über Jahre hinweg hatten, zu verschleiern. Richtig. Sind das Probleme, die Sie meinen, die dann in der Haft auf einmal weggefallen sind? Ja, weil zu dieser Zeit hat man für jede Person eine andere Maske auf. Und das ist Energie, also viel Energie kostet das. Man versucht, das jedem recht zu machen. Es war damals wirklich eine Verfassung, wie eben Frau Höfer geschildert hat, wo ich nicht wusste, wo schlafe ich am Abends. Durch die ganze Wegegeschichte, wo ein bisschen ausgeartet ist, hat man kein wirkliches Zuhause mehr. Das Finanzielle war auch nicht top. Das Einzige, was ich wirklich hatte, war die Arbeit. Und deshalb war ich dann nach einer gewissen Zeit in Haft der Froh, irgendwo durch auch glücklich, weil all diese Probleme nicht mehr da waren. Man hatte dreimal warm Essen am Tag. Man hatte wirklich im Nachhinein ein Zuhause, wo man einfach wusste, man hat ein Dach über dem Kopf. Die einzige Sorge war dann irgendwann, wie kommt man da wieder raus? Gerne würde ich Sie noch fragen. Es ist ja schon deutlich geworden, dass Sie sehr viel konsumiert haben, bevor Sie in Haft gekommen sind. Haben Sie denn einen körperlichen Entzug gehabt? Haben Sie Medikamente bekommen? Wie war das? Ob Sie zu einem Entzug gekommen sind, ich denke, wahrscheinlich schon. Aber durch das Anlassdelikt bekam ich den Entzug eigentlich nicht wirklich mit. Weil Sie so aufgewühlt waren, dass es Ihnen ohnehin schlecht ging, oder? Ja, weil verschiedene Sachen dazu kamen. Einerseits war man schockiert von der Tat, die man begangen haben soll. Man konnte sich das nicht wirklich zuordnen. Man konnte sich selber vorstellen, dass man so etwas fähig ist. Vor allem, weil man Frauen respektiert und solche Täter eigentlich potenziell selbst verurteilt hat. Und jetzt in den gleichen Topf geworfen zu werden, war so schockierend, dass man zwangsläufig den Entzug nicht wirklich mitbekam. War Ihre Straftat im Gefängnis bekannt bei anderen Häftlingen? Nicht bei allen. Also es ist etwas, wo ich allgemein nicht wirklich darüber reden konnte. Einerseits eben, weil man sich das nicht wirklich zugetraut hat, konnte man sich das nicht wirklich sagen, ich habe das gemacht. Und deshalb hat man auch nicht wirklich darüber gesprochen. Und bei den Häftlingen, die es wussten, haben Sie da Reaktionen erlebt auf den Vorwurf? Von den einen war es ein bisschen negativ. Von den anderen, die schon lange oder immer wieder mal in Untersuchungshaft war, war es eigentlich nichts Neues. Okay. Gut. Also ich glaube, wir haben verstanden, dass Sie eine Situation, die für viele Menschen, glaube ich, sehr bedrohlich erscheint, für sich eigentlich eher als Phase des sich Neusortierens auch empfinden konnten. Wie haben Sie denn Herrn Lau kennengelernt? Herr Lau hat, wie gesagt, den Untersuchungshaft kennengelernt. Er war eigentlich diese Person, wo man sagen kann, hat mich im Nachhinein aus der Haft herausbekommen. Zu Anfangszeiten, die erste Begegnung war nicht so toll, weil viele Häftlinge sagen immer wieder von Gutachten, sei etwas Negatives, mach das nicht, weil es bestimmt einen weiteren Lebensverlauf. Viele Häftlinge haben auch die Befürchtung, oder es ist gang und gäbe, dass das vermutet wird, dass man einen Artikel 59 bekommt oder einen Artikel 64 stationäre Massnahmen oder dass man für längere Zeit verwahrt wird. Deshalb beraten viele Häftlinge auch von einem Gutachten ab. Meine Anwältin hat ihm wieder gesagt, mach dieses Gutachten. Und das ist halt ein Konflikt, wo man sich austragen muss. Die Anwältin will einem helfen und Häftlinge, wo man einfach 23 Stunden zusammen ist, raten davon ab. Und wie war das dann konkret? Ich meine, sagt Ihnen jemand eine Woche vorher, wir haben einen Termin bekommen und da kommt ein Gutachter, ein Sachverständiger? Oder wie ist das? Erzählen Sie mal, wie das war, als Sie mich kennengelernt haben an dem Tag? Ja, man bekommt so eins bis zwei Wochen vorher einen Brief, wo darin steht, man muss ein Gutachten machen, wo dann den weiteren Prozess, wie der weiterer Prozess abläuft. Und dann ist man ein bisschen schockiert, man weiß nicht, was auf sich zukommt. Und geht dann an diesen Termin, ein bisschen aufgelöst, aufgewühlt, weiß nicht, auf was es hinausläuft. Dann sieht man eine Person in einem Raum sitzen und kommt rein und hat sonst nicht so Freude. Und der Gutachter möchte von einem ja dann extrem persönliche Dinge wissen. Ja, auf der einen Seite weiss man, dass dieser Gutachter denn er derjenige ist, der einem aus der Haft helfen kann. Auf der anderen Seite lässt man sich Fragen über sich ergehen, die total schockierend sind in diesem Moment. Man ist total überfordert von einigen Fragen, man fragt sich zwangsläufig, man kennt diese Person überhaupt nicht und er stellt sehr persönliche Fragen und wo ich selbst schon Mühe habe, mir solche Fragen überhaupt zu stellen. Es geht ja noch ein bisschen weiter. Wir stellen dann ja nicht nur sehr persönliche Fragen, sondern sogar sehr intime Fragen. Also es ist für uns, für die Zuhörerinnen wichtig, zum Beispiel bei Sexualstraftätern ist es uns wichtig, nochmal auch das Sexualleben ein bisschen uns erzählen zu lassen. Und das ist ja auch eine sehr spezielle Situation. Da kommt ein fremder Mensch, den Sie vielleicht zwei Stunden kennen, dann kommt er nochmal und dann fragt er wirklich in diesem Bereich. Das ist, kann ich mir auch vorstellen, wirklich sehr speziell, oder? Wie gesagt, es waren sehr persönliche Fragen, es waren Fragen, wo ich eigentlich nicht mal meine Freunden stellen würde, so direkt. Und solche Fragen muss man dann zwangsläufig beantworten. Und man weiss auf der anderen Seite nicht, wie. Oder ist es das Richtige, was man sagt? Gibt es eine richtige Antwort? Gibt es eine falsche Antwort? Diese Frage hat mich mir schon auch gestellt in diesem Moment. Aber hauptsächlich war ich schockiert von der Frage und war wie in einer anderen Welt zu dieser Zeit, wo ich nicht wirklich wusste, wie darauf zu antworten. Wie haben Sie es denn dann gelöst für sich? So genau weiss ich das eigentlich auch nicht mehr. Ich denke, in der ersten Sitzung mit dem Gutachter, dem Herr Lau, war ich sehr abwesend oder sehr ablehnend ihm gegenüber. Wollte einfach mein eigenes Ding durchziehen und dachte, das kommt dann schon irgendwie richtig. Bei der zweiten Sitzung war ich mir irgendwo schon bewusst, dass er schon der Schlüssel ist aus der Haft raus. Aber auf diese Fragen, wie man antwortet, war mir immer noch irgendwie schockiert. Aber dass das Gutachten vielleicht dazu führt, dass Sie aus der Haft kommen, das konnten Sie ja nicht wissen. Weil das ist ja ein Prozess, der liegt ja auch gar nicht bei uns, sondern da entscheiden ja Juristen, die Staatsanwaltschaft, das Zwangsmaßnahmegericht, ob es noch weitere Gründe gibt, die U-Haft aufrecht zu erhalten. Das ist so der technische Vorgang aus juristischer Sicht. Ja. War das so eine Hoffnung, die Sie hatten, wenn Sie da in der Begutachtung die Dinge ehrlich berichten, dass das sozusagen Ihnen zugute kommt? Oder hat irgendjemand gesagt, mach es so, dann ist die Chance größer, dass du rauskommst? Ja, hauptsächlich hat meine Anwältin gesagt, mach dieses Gutachten. Wie gesagt, Häftlinge haben mir davon abgeraten. Meine Anwältin sagt immer, du bist nicht wie die anderen. Das Gutachten wird dich rausholen. Deshalb war es irgendwo durch so die kleinste, funke Hoffnung, die man noch hatte. Wie gesagt, zu dieser Zeit ging es mir nicht gut. Dann kam der Moment, wo es mir in Haft gut ging. Und das Gutachten war so meine letzte Hoffnung, weil umso mehr Zeit, was in der Haft vergeht, umso mehr verliert man an der Hoffnung. Und das war so der Restfunke, wo man sich dran klammern konnte. Darf ich meinen Eindruck schildern, was ich noch erinnere von unseren Begegnungen? Sie haben jetzt so gesagt, dass Sie so nicht mitgemacht hätten. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Also ich habe schon gemerkt, dass es Ihnen nicht leicht fällt zu sprechen. Aber dass Sie nun richtig Widerstand entwickeln, das war nicht so. Es ist interessant, dass Sie das jetzt so sagen. Das, was mir aufgefallen ist, ist, dass Sie nicht sehr geübt waren in der Schilderung von inneren Vorgängen. Also dass ich Sie manchmal Sachen gefragt habe, was haben Sie dabei gefühlt? Oder was ist denn für ein Gedanke gekommen? Da haben Sie mich manchmal angeguckt, wie kann man das denn ausdrücken, was da passiert ist. Das habe ich gemerkt. Und was ich gemerkt habe, ist, dass Sie ungeheuer beschämt waren über das, was Ihnen vorgeworfen wird. Also Sie haben große Mühe gehabt, zu akzeptieren, dass Sie in so eine Situation geraten sind, wo Sie jemanden, eine Frau sexuell genötigt haben. Und das fand ich sehr eindrucksvoll, weil das ist für uns ja ein besonderer Moment, dass Straftäter beeindruckt sind von ihrer Tat. Also die Scham ist ja eine Reaktion darauf, dass Sie vielleicht das Gefühl haben, ich verstehe gar nicht, was da passiert ist. Wie kann ich sowas tun? Und trotzdem müssen Sie ja irgendwie eine Haltung dafür finden, dass Ihnen das jetzt vorgeworfen wird. Habe ich das richtig beschrieben, dass das so ein Gefühlschaos war? Ja, es war ein totales Gefühlschaos. Einerseits, weil man nicht über Gefühle spricht oder ich generell nicht, weil ich immer schon Schwierigkeiten hatte, mit Emotionen umzugehen. Und das Schamgefühl ist zwangsläufig dahergekommen, weil man sich das niemals zutraute oder selber nicht eingestehen konnte, dass man jetzt so etwas gemacht hat. Für mich war es viel einfacher oder wäre es viel einfacher gewesen, man könnte sich zu 100 Prozent daran erinnern. Aber zu diesem toxizierten Zustand, als ich damals war, war alles verschwommen und deshalb war es schwierig, sich das einzugestehen. Und dann erinnere ich noch eine besondere Situation in der Exploration, also den Untersuchungsgesprächen, dass ich Ihnen gesagt habe, so relativ zum Ende, dass ich glaube, dass Sie in depressiver Verfassung waren, in dieser Phase in Ihrem Leben. Und da haben Sie mich wirklich verständnislos angeguckt. Können Sie das erinnern? Ja, das mache ich sehr gut erinnern. Es war einfach, jemand sagt einmal, man ist depressiv. Einerseits hat man keine Ahnung, was das genau bedeutet, auf der anderen Seite versteht man es schon, wenn man sich länger Gedanken macht. Und in dem Gutachten waren schlussendlich sehr viele Sachen, wo ich zu erster Zeit, als ich es so durchgelesen hatte, total abgelehnt habe und nicht zu mir zugehörig. Ach ja, erzählen Sie mal, was war denn das? Also vielleicht für die Hörerin, ich bin dann wieder weg und dann hat es ein bisschen gedauert, dass ich das schriftlich niedergelegt habe, was ich denke. Und so vier Wochen später wahrscheinlich, vermute ich mal, gab es dann ein schriftliches Gutachten, wo Sie beschrieben wurden, psychiatrisch bewertet wurden und ich Empfehlungen für das Gericht, die Staatsanwaltschaft ausgesprochen habe. Genau. Und das haben Sie irgendwann bekommen, dieses Gutachten? Ja. Okay. Ja. Okay. Und da liest man das Gutachten durch. Der einzige Punkt, also auf das Gutachten, was man so große Hoffnung legte, war dann in diesem Moment irgendwo durch ein bisschen niedenschmetternd. Weil es Sachen drin standen, wo man nicht genau zu sich gehörig ansah. Was denn? Was stand denn da drin, wo Sie gedacht haben, das ist ja unmöglich? Ja, eben das Depressive, dass man das Leben nicht mehr unter Kontrolle hatte, dass man coquinabhängig ist, dass man Alkoholprobleme hatte. Das war zu mir, zu diesem Zeitpunkt, dachte ich, hätte mein Leben im Griff und alles unter Kontrolle und es sei nicht so schlimm, wie es im Gutachten steht. Also ich glaube nicht, dass Sie dachten, Sie hätten Ihr Leben unter Kontrolle, aber ich glaube, dass Ihnen erst schwarz auf weiß klar geworden ist, aus der Aussensicht, wie schlimm, in Anführungszeichen, es um Sie steht. Doch, irgendwo durchdachte ich schon, dass ich mein Leben unter Kontrolle hatte, zu dieser Zeit. Obwohl gewisse Leute, Kollegen schon mir sagten, so wie du lebst, ist nicht gut. Aber das dachte ich, ja, das ist Gerede und wird schon nicht so schlimm sein. Und erst in Haft habe ich mir diese Gedanken gemacht, wie mein Zuschauer einfach damals war. Okay. Also Sie fanden eigentlich, das, was da drin steht, ist ziemlich happig. Aber es ist ja noch was passiert. Sie sind dann ja auf freien Fuß gekommen. Ja, aber das war erst ein paar Wochen später, nach dem Gutachten. Aber das Gutachten hat ja dabei eine Rolle gespielt, oder? Schlussendlich schon, ja. Okay. Das heißt, Sie haben eigentlich etwas erlebt, was Sie nicht besonders gut fanden, was aber in diesem Prozess des Entscheidens von der Justiz benutzt wurde, um die Weichen für den nächsten Lebensabschnitt zu stellen. So beschreibe ich das mal. Genau. Also ich übersetze das mal ein bisschen. Das Gutachten hat letztendlich dazu geführt, dass die mit dem Verfahren beauftragte Staatsanwältin den Eindruck, den sie sowieso schon von Ihnen hatte, bestätigt gesehen hat und das Gefühl hatte, dass sie eher eine Therapie benötigen als ausschließlich eine Strafe. Und deswegen hat sie etwas gemacht, was man vielleicht häufiger tun könnte. Sie hat angefragt, ob sie statt untersuchungshaft eine sogenannte Ersatzmaßnahme machen können, die darin bestand, dass sie einerseits mit einer forensisch-psychiatrischen Behandlung starten sollten, dass sie Abstinenzkontrollen erbringen sollten und dass sie regelmäßige Gespräche mit dem Gewaltschutz führen müssen. Ja. So haben wir uns dann kennengelernt. Ja, es war überraschend. Man bekam das Gutachten, hat es durchgelesen. Dort stand auch noch ein Punkt drin, wo man gar nichts zu sich gehörig fand. Unter diesen Umständen, mit diesem Vorwurf wird es eher schwierig werden, eine Arbeit wiederzufinden. Fand ich dazu eher nicht, weil ich dachte, ich habe immer Arbeit gemacht, ich habe immer alles super gemacht, ich werde rauskommen und sofort wieder einen Job haben. Schlussendlich hat das Gutachten schon dazu geführt, dass man rauskam und als man wieder in Freiheit war, war schon alles anders. Dann hat man zwangshäufig den Gedanken gemacht, dass der Gutachter in einigen Punkten doch recht hat. Ich möchte noch mal kurz einhaken, also es ist ja nicht so, dass immer ein Gutachten dazu führt, dass Menschen auf freien Fuß kommen. In ihrem Fall war das so, und zwar unter der Überlegung, dass man eine Risikokalkulation vorgenommen hat. Denn das ist ja die Frage, die interessiert, wird wieder was passieren? Und man konnte in ihrem Fall relativ gut herausarbeiten, dass die Faktoren, die zu ihrer Straftat geführt haben, relativ gut kontrolliert werden können. Die Einnahme von Drogen kann man gut kontrollieren und wenn man dagegen verstößt, fällt das auf, indem man zum Beispiel Urinkontrollen, Blutkontrollen macht und Haarkontrollen macht, kann man auch. Und wenn man davon ausgeht, dass den Boden für ihre Veränderung auch eine depressive Symptomatik bildet, kann man sie in Behandlungen bringen und dann dazu führen, dass auch dieser Faktor günstig beeinflusst wird. Und zusätzlich guckt, dass über den Gewaltschutz sie nicht Situationen aufsuchen, in denen vielleicht die Gefahr größer wird, dass sie wieder übergriffig werden könnten. So muss man das verstehen. Also ich möchte ein bisschen gegen den Eindruck argumentieren, dass immer ein Gutachten einen solchen Ausgang hat. In ihrem Fall war das so, weil es gut herauszuarbeiten war, forensisch-psychiatrisch, dass man andere Dinge tun kann, jenseits von U-Haft, die sie wahrscheinlich in die Lage versetzen werden, sich soweit im Griff zu haben, nicht wieder eine Frau zu belästigen oder anzugreifen. Und mit entsprechenden Auflagen sind sie dann auch zu mir in der Therapie von der Staatsanwältin angemeldet worden. Das hat zum Beispiel beinhaltet, dass wenn sie nicht kommen, nicht pünktlich kommen, unzuverlässig sind, Substanzen konsumieren, ich sofort Meldung zu erstatten habe. Und dies auch in enger Absprache mit den Kollegen, mit den Polizisten vom Gewaltschutz, sodass klar gewesen wäre, wenn es nicht gut klappt in der ambulanten Behandlung, dass sie dann recht schnell in U-Haft zurückversetzt worden wären. Hat das was bewirkt, die Androhung von Rückversetzung in die U-Haft? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite war es mir ein bisschen egal, sage ich jetzt mal so, weil ich ja mir schon in der U-Haft gesagt habe, dass ich dieses Leben nicht mehr leben will, als ich das damals geführt habe. Darum hat es mir einerseits mit Gewaltschutz regelmässig dorthin zu gehen auch geholfen. Aber es ist interessant, dass Sie das sagen, weil das ist etwas, was wir ja mittlerweile auch kriminologisch wissen, dass die Abschreckung von Strafe gar nicht so ein tollen Effekt, dass das gar nicht so ein toller Effekt ist. Weil viele Straftäter werden nicht abgeschreckt von der Vorstellung, dass sie in eine Institution kommen, wo sie unter Umständen ein geregeltes Leben haben. Das ist interessant, dass Sie das so sagen. Ich finde bemerkenswert, dass Sie sagen, es war Ihnen egal. Das müssen wir uns häufiger bewusst machen, dass das in der juristischen Vorstellung nicht die Wirkung entfaltet, die sich die Justiz erhofft. Das haben Sie ja auch eingangs schon mal gut beschrieben, dass diese Haft für Sie eine Phase dargestellt hat, Dinge in Ordnung zu bringen oder zu beginnen zu hinterfragen, die Sie in Ordnung bringen wollen, was vielleicht ohne diese einschneidende Erfahrung länger gedauert hätte oder vielleicht auch gar nicht dazu geführt hätte, dass Sie sowas machen wie eine Psychotherapie. Genau. So eine Psychotherapie hätte ich jetzt nie begonnen. Das haben Sie mir auch in der ersten Sitzung gesagt. Also über Emotionen reden, da haben Sie nicht so viel Lust drauf. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie diese Gutachtensituation sehr merkwürdig empfunden haben. Das Gutachten lag zu dem Zeitpunkt, als Sie bei mir angefangen haben, noch nicht vor. Ich habe Ihnen dann gleich gesagt, dass ich Herrn Lau kenne, damit wir das sozusagen deklarieren konnten. Das war für Sie aber in Ordnung, deswegen sind Sie auch bei mir in Therapie geblieben. Und wir waren dann beide ein bisschen gespannt darauf, was Herr Lau schreiben würde. Und als das Gutachten dann vorlag, haben Sie auch sehr deutlich gesagt, dass Sie ein paar Aspekte unmöglich finden. Nämlich, dass Herr Lau Ihnen Abhängigkeiten attestiert hat von Kokain und Alkohol. Und auch das Zuordnen von depressiven Symptomen fanden Sie schwierig anzuerkennen. Ich weiß noch, ich habe Sie dann erstmal geplagt damit, dass ich Sie einen Lebenslauf habe schreiben lassen, den wir wochenlang minutiös durchgeackert haben. Ja, und es dauerte auch sehr lange, bis der Lebenslauf fertig geschrieben wurde. Aber das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass man den nicht abgeben wollte, sondern auch wieder, weil es ist eine Frau vor dir oder eine Person, wo auf der einen Seite im Nachhinein einem helfen will, aber der man nicht vertraut. Und da gibt man auch wieder Dinge preis über sein Leben, wo man nicht möchte eigentlich. Also so kann ich es auch bestätigen. Ich glaube, für Sie war es schwierig, überhaupt in so einem psychotherapeutischen Kontext zu sein. Was vielleicht auch uns immer wieder daran erinnern sollte, dass das ja für uns eine normale Situation ist, oder? Die Tür geht auf, jemanden im Platz, 50 Minuten Zeit geht los und man redet über sehr intime Sachen. Aber für jemanden, der gar keine Erfahrung mit diesem Kontext hat, für den ist das eine sehr spezielle Situation. Das hat mit Vertrauensaufbau zu tun, das hat aber auch, glaube ich, bei Ihnen sehr viel damit zu tun gehabt, dass Sie dachten, wie wird denn jetzt diese Frau, die mir gegenüber sitzt, über mich urteilen, bei dem Anlassdelikt, was ich begangen habe. Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich eigentlich immer als ein bisschen anders erlebt haben als die Mithäftlinge zum Beispiel. Ja. Ich sage Ihnen aber mal, an dem Punkt sind Sie nicht viel anders als die anderen Häftlinge. Diese fehlende Erfahrung, über Gefühle zu sprechen, seine Biografie anzugucken, vielleicht so mal zu überlegen und die Gedanken kreisen zu lassen, hätte was anders sein können oder so, das ist etwas, was vielen Straftätern nicht leicht fällt. Und interessanterweise ist das wahrscheinlich auch ein Faktor, der zu Straffälligkeit beiträgt. Nämlich, dass man dadurch weniger gut auf Krisen vorbereitet ist, um mit denen umzugehen. Und das führt dann unter Umständen in Straftaten. Ja. Können Sie nachvollziehen, was ich meine? Ja. Und kann ich so weit gehen, zu sagen, dass die Behandlung mit Frau Höfer Ihnen das bewusst gemacht hat, dass es sinnvoll ist, sich vielleicht doch ein bisschen näher kennenzulernen? Auf der einen Seite schon. Und man sagt sich irgendwann, es gibt Personen, die sind ausgebildet, haben eine Ahnung von dem, was sie sprechen. Und die können einem besser helfen, als wenn es jemand außenstehend ist. Nun hat ja die Behandlung mit Frau Höfer hier in diesem Zentrum hier stattgefunden, wo wir jetzt auch sitzen, oder? Sie sind von Anfang an hierher gekommen, da wo Frau Höfer arbeitet. Das ist ja auch ein spezieller Ort in Zürich, sage ich mal so. Und ich erlebe das, wenn ich hier manchmal bin, dass ich finde, dass man auch konfrontiert ist mit Leuten, die besondere Probleme haben. Ist Ihnen das mal aufgefallen, wenn Sie hierher gekommen sind? Ja, also erst mal, als ich hierher kam, war ich eigentlich schockiert. Erzählen Sie mal, worüber waren Sie schockiert? Ja, von diesen Leuten, die hier sind, wo hier reinlaufen. Nicht von den Arbeitern. Nein, man sieht einfach Leute, die eher am unteren Rand sind im Leben, wo einfach vieles verloren haben, wo die ganze Hoffnung verloren haben, wo nicht wissen, wohin sie sich entwickeln wollen. Und dann hier hinzukommen, ist ein bisschen merkwürdig, aber es hat einem irgendwo durchaus geholfen. Also um das nochmal zu erklären, muss man das, glaube ich, beschreiben. Es gibt, also das ist ein Zentrum, was sich mit Abhängigkeitserkrankungen beschäftigt und es hat auch eine Ausgabestelle für eine Substitutionsbehandlung. Und es ist halt so, dass deswegen hier auch Leute herkommen, bei denen eine schwere, chronifizierte Opiatabhängigkeit besteht. Und ja, du kannst es noch besser erklären, Friederike. Also hier gehen jetzt alle meine Warnsignale für Stigmatisierungen an. Ich glaube, man könnte sagen, dass das ganze breite Leben sozusagen auch hier im Hause verkehrt. Das heißt, in der Halle sind schon mal Hunde anzutreffen. Manche Menschen ohne festen Wohnsitz lagern kurz ihr Hab und Gut. Es gibt aber auch genauso Menschen aus dem ersten Arbeitsmarkt, die hier kurz reinrauschen, sich Medikamente holen und wieder gehen. Aber man trifft sicher Personen an, denen man sichtbar ansieht, dass sie chronisch erkrankt sind. Mir geht es nicht darum, hier Stigma zu fördern. Ich habe das ernst genommen, was Herr X beschrieben hat, dass er plötzlich konfrontiert war mit einer Welt, von der er meinte, dass sie mit ihm nichts zu tun hat. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Da bin ich auch wieder bei dir, denn das sagen ganz viele Patienten, die ihren Ersttermin hier hatten. Hier gehöre ich doch gar nicht hin. Und das kann eigentlich schon ein Schritt sein, auch Veränderungsmotivation zu fördern. Genau. Denn das ist doch gar nicht mehr so, oder? Wie meinen Sie jetzt das genau? Kommen Sie hier noch her und denken, das ist ein Platz, wo ich gar nicht hingehöre? Nein, mittlerweile denke ich, das ist ein Platz, wo mir geholfen wird. Was man aber auch klar mal festhalten muss, ist, dass Sie schon abstinent von allen Substanzen aus der Haft entlassen worden sind und bis anhin, und ich möchte nochmal sagen 2017, jetzt ist 2021, nie wieder konsumiert haben. Ja, aber das hängt schon mit der Haft zusammen, mit dem ganzen Delikt. Ich denke, jedes andere Delikt, das ich begangen hätte, hätte nicht dazu geführt, dass ich mein Leben so radikal ändere. Und ich hätte mit jedem anderen Delikt wahrscheinlich auch besser leben oder umgehen können. Na, nur reden Sie das doch nicht so klein. Das ist doch eigentlich ein Kompliment gewesen. Also für jemanden, bei dem noch vor vier Jahren ein Psychiater sagt, er hat eine Abhängigkeitserkrankung von Kokain und Alkohol und der seitdem nichts mehr konsumiert hat von Kokain und Alkohol, das ist eine ziemliche Leistung. Da haben Sie was geschafft, was nicht so häufig ist. Das ist also eigentlich ein positiver Verlauf. Den dürfen Sie auch erstmal anerkennen. Den müssen Sie nicht kleinreden. Da lachen Sie. Vielleicht skizzieren wir kurz, wie die Entlass-Situation war. Sie sind in diese schräge WG zurückgegangen. Das ist etwas, was ich mich gefragt habe, wie kann man das jetzt zulassen. Aber man konnte es auch nicht ändern, denn eine ambulante Behandlung, die angeordnet wird, die findet halt eben in den ambulanten Rahmenbedingungen statt, die Vorlagen. Aber Sie mussten sowohl Urin als auch Haarproben abgeben, wenn ich mich recht erinnere. Und Sie mussten sehr regelmäßig zum Gewaltschutz gehen. Erklären Sie uns kurz mal, was das ist und was Sie da gemacht haben. Ja, man geht, ich jetzt zum Beispiel dreimal in der Woche zum Gewaltschutz. Fand ich jetzt zur damaligen Zeit sehr häufig, sehr einschneidend, weil ich direkt, also respektive drei Wochen nach der Haftentlassung wieder eine Arbeit hatte. Ich bin der Meinung, andere Leute, die nicht arbeiten, können sich diese Zeit problemlos nehmen. Für mich war es halt relativ einschneidend, weil es zu Tageszeiten war, wo nicht so in den Arbeitsalltag passten. Es war über Mittagszeit oder morgen früh vor sieben Uhr oder auch nach der Arbeit und das dreimal in der Woche. Und das war relativ einschneidend. Was mussten Sie da machen? Ja, man geht auch dorthin und trifft wieder eine Person, wo man von Anfang an eher ein bisschen ablehnend gegenübersteht. Man weiss nicht, was diese Person macht oder wie der ganze Verlauf ist. Das sind Polizisten, ja, wo sie hingehen? Oder ein Polizist? Ja. Okay. Und dann geht man dorthin und das Erste, was hinhält, ist der Alkoholtest. Und dann lässt man ihn das röchern und wartet auf das Ergebnis. Und zu Anfang war es schwierig, weil man wusste zwar, dass das Resultat 0,0 anzeigen sollte, aber weil er gegenüber der ganzen Justiz eher ein bisschen negativ eingestellt war, dachte man, das zeigt alles Mögliche an. Hat es aber nicht. Ja. Moment. Sie haben gedacht, das würde gefälscht? Auf der einen Seite nicht wirklich gefälscht, aber das war ja die Hoffnung, wenn man 0,0 hat. Oder das war ja meine Motivation, auch keinen Alkohol zu trinken und kein Kokain mehr zu konsumieren. Und hatte aber doch irgendwie Angst, dass das irgendetwas Positives anzeigt. So war es jetzt aus meiner Sicht. Also das kann ich, glaube ich, auch noch aus meiner psychotherapeutischen Wahrnehmung von Ihnen nachvollziehen, dass Sie allen und allem gegenüber sehr misstrauisch waren. Als das Gutachten dann vorlag, haben wir das, glaube ich, wirklich so minutiös zusammen durchgelesen wie selten in der Behandlung. Und bis hin zu, dass Sie sich einzelne Worte haben erklären lassen und Konzepte. Auf der anderen Seite fand ich aber bemerkenswert, dass Sie dann auch bereit waren oder innerlich immer einen Schritt mitmachen konnten. Also wenn Sie etwas verstanden hatten für sich, war mein Eindruck, dann konnten Sie das integrieren und akzeptieren und dadurch ist auch Vertrauen entstanden. Gehen Sie heute immer noch zum Gewaltschutz? Nein. 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 Das war noch gefühlt in ein, ein bis zwei Jahren vorbei, respektive, als das Gerichtsurteil kam. Als das Gerichtsurteil kam? Ja. Sie haben zwei Jahre auf das Urteil gewartet? Ja, etwa eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Ja, also vielleicht kurz als Verlaufsschilderung. Die Therapie hatte schon lang angefangen, als dann erst die Gerichtsverhandlung angesetzt war. Das Gericht hat über ihre Anwältin oder ihre Anwältin hat für das Gericht so rum einen Bericht auch bei mir angefordert, der danach gefragt hat, welche Risiken ich in Diskrepanz vielleicht auch mit dem Gutachten sehe, an welchen Risikofaktoren wir gearbeitet haben, was sich verbessert hat, wie ich ihre Risikoprognose für künftige Straftaten einschätze. Gab es denn Unterschiede zwischen unseren Einschätzungen? Unterschiede tatsächlich nicht. Es gab vielleicht schon eine Weiterentwicklung, denn diese Einschätzung der depressiven Symptomatik habe ich geteilt, als ich sie kennengelernt habe, Herr X. Ich habe sie dann eine Zeit lang entsprechend medikamentös behandelt. Das hat recht gut angeschlagen. Das konnten wir dann irgendwann absetzen und ausschleichen und danach haben sie nie wieder entsprechende Symptome gezeigt, sodass ich dort abbilden konnte, das liegt nicht mehr vor. Und ich jetzt heute sagen würde, unterbrechen Sie mich, wenn ich da zu weit gehe, dass wir es nicht mit einer affektiven Störung im klassischen Sinne zu tun haben, sondern mit einer depressiven Reaktion auf die damalige Lebenssituation. Meine Prognose war nicht schlecht. Das hat aber vor allem auch damit zu tun gehabt, dass sie sehr zuverlässig in der Behandlung waren, dass sie auch mitgearbeitet haben. Also ich weiß, ich habe sie sehr oft gepiesackt mit Themen, wo sie dann auch aus der Therapie gegangen sind und es ihnen sichtlich schlechter ging, als die Gesprächsstunde begonnen hatte. Sie waren abstinentragfähig. Sie waren in gutem Kontakt mit den Kollegen vom Gewaltschutz. Und das hat dann dazu geführt, dass das Gericht sozusagen dem aufgegleisten Szenario eigentlich gefolgt ist und das, was als Ersatzmaßnahme juristisch begonnen hat, dann als Maßnahme nach Artikel 63 angeordnet wurde. Was haben Sie gekriegt als Urteil? Zwei Jahre auf Bewährung mit einer ambulanten Maßnahme. Das bedeutet auch, dass wenn die Therapie nicht gut läuft, die Behandlung abgebrochen würde wegen Erfolglosigkeit und dann die Haftstrafe vollzogen würde. Ja, jetzt kann man vielleicht sagen, dass wir schon sehr weit fortgeschritten in der Behandlung sind. Nächstes Jahr wird die gesetzliche Höchstdauer von fünf Jahren zum ersten Mal erreicht sein. Das heißt, ich werde wieder gefragt inzwischen von den Bewährungs- und Vollzugsdiensten, die dann diese angeordnete Maßnahme in Vollzug gesetzt haben, ob die weitergeführt werden muss. Ob und wie das ist, verraten wir hier aber nicht. Wie würden Sie vielleicht noch gerne die ein oder andere Sache fragen, Herr X? Zunächst mal zum Gerichtsverfahren. Da sind Sie ja zum ersten Mal wieder auf die Geschädigte getroffen. Wie war das Verfahren für Sie? Wie haben Sie diese Begegnung erlebt? Und wie haben Sie das Urteil empfunden? Ja, wie gesagt, es war schwierig. Ein Gerichtsverfahren, man geht dorthin und hat irgendwo durch Angst. Man weiss nicht, was rauskommt. Man sieht die betreffende Person, fragt sich wieder, was genau passiert ist in dieser Nacht. Fühlt es auf der einen Seite immer noch nicht zu sich gehörig. Und ja, das Gerichtsverfahren war für mich nicht leicht. Aber depressiv geworden sind Sie dann nicht mehr, sondern Sie konnten das bewältigen, diese Belastung. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, zu Anfangszeiten war es auch medikamentös behandelt zu werden, habe ich mich lange dagegen gesträubt, weil ich mir gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich nehme keine Drogen mehr, dann brauche ich auch dieses Medikament nicht. Und deshalb habe ich es erst wirklich genommen, als ich über längere Zeit auch schlaflose Nächte hatte, nicht mehr einschlafen konnte, keine Energie mehr hatte. Ich mich zwangsläufig gefragt habe, vorhin wusste ich, warum ich nicht schlafen konnte, dass es von dem Kokain kam. Und dann hat man alles aufgehört und konnte trotzdem nicht schlafen. Diese Logik ging nicht so in meinen Kopf. Ja, wäre Ihnen dankbar, wenn Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal versuchen könnten zu erklären, wie hilft Therapie denn eigentlich? Die Therapie hat mir insofern geholfen, dass ich selbst mit der Tat besser klarkomme, dass ich mich generell so akzeptiere, wie ich bin. Und dass die Tat und alles drumherum immer ein Teil meiner Geschichte sein wird. Das glaube ich stimmt, oder? Dass es Sie immer sehr prägen wird. Und auch wenn das jetzt ein kleiner Sprung ist, frage ich vielleicht an der Stelle so ein bisschen nach. Eine Tat zu begehen bedeutet ja auch, dass es eine Person gibt, die geschädigt wurde. Machen Sie sich über die Gedanken oder gibt es etwas, was Sie der gerne sagen würden? Generell habe ich mich darüber oft Gedanken gemacht. Im Nachhinein hoffe ich einfach, dass auch sie die Hilfe bekommt, die sie benötigt. Also das hoffen wir, glaube ich, alle, weil wir ja durch unsere Arbeit uns einfach sehr eindeutig auf der sogenannten Täterinnen-Seite bewegen. Gibt es etwas, was Sie in diesem ganzen therapeutischen Setting oder in der ganzen Zeit der letzten Jahre so richtig blöd gefunden haben? Im Nachhinein kann ich sagen, dass es nicht sehr viel gibt, was blöd war. Zu Beginn war sicher, während der U-Haftzeit, dass alles sehr lange gedauert hat, bis es weiterging, bis man weiss, wie es generell weiterläuft. Man verliert ein bisschen die Hoffnung irgendwann, weil alles sehr lange dauert und man sich in der heutigen Zeit nicht gewöhnt, weil alles so schnelllebig ist. Und ja, sicherlich war auch die mediale Aufmerksamkeit, also die ganzen Medien, für mich neu und auch ein bisschen ein Problem. Können Sie das nochmal genauer erklären? Also vielleicht kann ich noch vorweg schicken, dass das Delikt, was Sie begangen haben, ja sowohl im Rahmen des Geschehens recht durch die Medien gegangen ist, aber auch immer wieder mal hervorgeholt wird als ein Beispiel für ganz viele Dinge, die in dem Delikt gar nicht drin gesteckt haben. Das heißt, diese mediale Konfrontation passiert Ihnen immer wieder eigentlich? Ja, es ist einfach so, dass die Medien oftmals nur das, die eine Seite von einer Geschichte berichten und das auch irgendwo durch, ja, Sie kennen halt nur die eine Seite und Sie berichten, wie soll ich sagen, im Endeffekt wird nie klargestellt, falls sich irgendwelche Tatvorwürfe entkräften. Das ist halt das Hauptproblem, das ich habe. Stimmt, an so einen Blickartikel kann ich mich auch gar nicht erinnern, wo steht, Täter doch nicht schuldig. Ja. Jetzt haben Sie ja schon wirklich viele Jahre Therapie, Behandlung hinter sich. Wenn Sie so an den Ausgangspunkt zurückdenken oder an andere Menschen, die in Ihrer Situation sind, was würden Sie denen raten wollen? Also es ist für mich eher eine schwierige Frage. Ich meine, man könnte nun sagen, holt euch alle früher Hilfe. Dazu müsste man erst mal selbst erkennen, dass man Probleme hat. Selbst dann müsste man dies erst akzeptieren können, weil generell bin ich jetzt eine Person, wo sehr vieles mit mir selbst ausmacht. Und ja, ich auch immer meine Probleme selbst lösen möchte. Also insofern würden Sie sagen, ohne die ganze Deliktvorgeschichte und auch die Zeit in Haft, wäre für Sie die Motivation nicht einschneidend genug gewesen, sich selber Hilfe zu suchen? Nein, so würde ich jetzt das nicht sagen. Ich hatte schon immer, ich hatte auch so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, das Leben ist nicht so, wie es läuft. Aber es ist nicht, dass die Motivation dazu fällte, sondern man konnte sich irgendwie nicht ändern, weil sehr vieles einfach, ja, die Motivation, wo fehlt, einfach irgendetwas fehlt. Der Antrieb oder ein genaues Ziel, die Motivation war einfach schon immer da. Ich glaube, das ist für mich als Psychiaterin eine der spannendsten Fragen. Wie könnten wir potenzielle Klientinnen, Patientinnen noch besser abholen, um sie letztendlich an einem Punkt zu erwischen, wo vielleicht viel auch noch nicht so schiefgegangen ist? Aber ich höre jetzt raus, dass man das gar nicht so gut beantworten kann. Ja, ist schon recht schwierig. Ja, dann vielleicht noch so ein bisschen Hilfe in eigener Sache. Was würden Sie denn forensischen Psychiaterinnen raten? Im Endeffekt würde ich Ihnen raten oder generell allen, dass jeder akzeptiert die Person so, wie sie ist. Setz sie nicht unter Druck. Jeder Mensch ist anders. Einige brauchen mehr Zeit, bis das Vertrauen da ist, so wie ich. Gebt Ihnen auch diese Zeit, denn Vertrauen ist wichtig. Und wenn man das Vertrauen in einer Therapie gegenseitig spürt, dann kann dies auch im Endeffekt zum Erfolg führen. Ja, also Augenhöhe, Respekt, Zeit, würden Sie sagen, ist das, was es braucht. Ja? Ja. Könnten Sie sich denn auch einen forensischen Psychiater oder eine forensische Psychiaterin vorstellen, auf die Sie so gar keinen Bock hätten? Ja, da gibt es sicher. Es kommt immer auf die Person drauf an, wo er einem gegenüber sitzt. Das hätte ja auch anders ausgehen können, dass ich das Vertrauen nicht gespürt hätte und dann hätte man irgendwie eine andere Lösung finden müssen. Ich glaube, da sagen Sie was ganz Richtiges und Wichtiges, wenn man merkt, dass man mit seinem zugeteilten Behandler, das ist ja keine Wahl, sondern man kommt irgendwie wohin und lernt dann die Person kennen, mit der man jetzt jahrelang arbeiten soll. Wenn einem das wirklich überhaupt nicht taugt, dann sollte es schon die Möglichkeit geben, das nochmal zu verändern. Ja. Und das ist wahrscheinlich doch durch die behördliche Anordnung ein schwieriges Thema, weil viele Behörden auch finden, nein, der Klient, der muss jetzt einfach damit klarkommen, was ihm da angeboten wird. Und trotzdem weiß man ja auch aus der Psychotherapieforschung, dass diese sogenannte Passung zwischen Patient, Patientin und Behandlerin etwas ganz Wichtiges ist. Ja. Was würden Sie forensischen Gutachterinnen noch mit auf den Weg geben? Ja, es bleibt so, wie ihr seid. Sie arbeiten mit den Patienten, gebt ihnen das Gefühl, dass sie sich verstanden fühlen. Und so zu dieser Frage, dass man in so wenigen Explorationsstunden so viel über die Person quasi herausfindet und dann niederlegt in sehr vielen Seiten. Sollte man das ansprechen? Ja, es ist schwierig. Also sollte ich bei der nächsten Gutachtensaufklärung sagen, Sie werden sich vielleicht wundern, dass wir uns eher kurz sehen aus Ihrer Sicht und ich mir trotzdem erlaube, ein Bild zu machen? Nein, aber vor allem ist es einfach schwierig, wenn jemand kommt, man kennt ihn nicht. Und innerhalb von zwei Sitzungen an je zwei Stunden schreibt jemand 30 Seiten über einen. Dann hat man schon irgendwie so das Gefühl, der kennt einen nicht, der versteht einen nicht. Es kommt falsch rüber. Aber im Nachhinein muss ich halt schon sagen, dass sehr vieles, wo er in 30 Seiten stand, zugetroffen hat. Aber ich glaube doch, durch Ihre Rückmeldung nehme ich mit, dass man das vielleicht etwas besser einbetten muss, damit einfach keine schockierende Situation nachher entsteht. Gibt es etwas, was Sie gerne mit unseren Zuhörerinnen teilen würden? Ja, teilen. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, geht mit Schicksalen anders um, wie auch mit Problemen. Manchmal braucht es nicht viel und das gesamte Leben gerät aus der Bahn. Jeder denkt, mir kann sowas nicht passieren. Verstehen tut man dies eigentlich erst, wenn alles zu spät ist. Und ja, das wäre schön, wenn man gewisse Dinge halt im Vorhinein wüsste und dass sie gar nicht erst eintreten. Das wäre schön, aber wir leben ja nicht in einer perfekten Welt. Ja? Ja. Also würden Sie aber doch sagen, forensische Psychiatrie kann was Gutes sein? Sie kann was Gutes sein, aber es liegt in jeder Person selbst, sich aktiv daran zu beteiligen, die Motivation dabei zu haben, sich auch wirklich zu ändern. Wenn man jetzt einfach hierher kommt und denkt, man kann sein Leben einfach so weiterführen wie vorher, dann wird auch eine Therapie nicht zwingend zum Erfolg führen. Man muss schon der Wille und die Motivation dazu haben, sich zu ändern. Das ist so der ausschlaggebende Punkt eigentlich. Also am Ende ist es der Klient, die Klientin selber, der die Arbeit machen muss. Ja. Ja, vielen Dank. Gerne. Gibt es noch was bei Ihnen? Nein, es hat doch alles gesagt. Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank von unserer Seite, dass Sie sich die Zeit genommen haben, aber auch vor allem den Mut gefasst haben, über sich und auch über Teile Ihrer Behandlung hier so öffentlich zu reden. Ich bin gespannt, ob es Rückfragen und Rückmeldungen gibt. Wir kriegen ja inzwischen recht viele E-Mails. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Gut. Ja, ich habe uns heute einen kontrapunktischen Roman mitgebracht, in dem es vor allem um Frauen geht. Man ahnt es wahrscheinlich schon von Bernadine, Evaristo, Girl, Woman, Other oder zu Deutsch Mädchen, Frauen etc. Ein Roman, der 2019 für den Booker Prize nominiert wurde und in dem es um Frauen geht. Figuren, Transgender, Aufwuchsbedingungen, problematische Biografien, Identität, Rassismus, Mansplaining und eigene Lebensentwürfe geht. Es ist ein Buch, was ich wirklich wärmstens empfehlen kann und das sich sehr rhythmisch liest, denn Evaristo hat zum Beispiel die Punktuationen weggelassen und man denkt zuerst, oh, das wird ganz anstrengend zu lesen, merkt dann aber, dass man in einen ganz anderen Leserhythmus kommt. Es ist ein sehr schwarzes Buch sozusagen, weil es vor allem um die Schicksale schwarzafrikanischer Frauen in Großbritannien geht, aber es geht prinzipiell einfach darum, wie kann ich im Hier und Jetzt Design in Integration meiner ganzen Vorgeschichte. So ungefähr. Damit sind wir, glaube ich, heute am Ende der Folge. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr X, und bei dir, Steffen, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.